Yo Leute, heute habe ich etwas Besonderes für euch und zwar ein BoxHunture Review. Bleibt bis zum Ende dran und schreibt mir, ob ihr solche Videos in Zukunft auch feiern würdet. Also hier haben wir die drei guten Stücke auch. Hier von Benly, von Venom und von Twins. Und wir haben hier in aufsteigender Reihenfolge das günstigste Modell, das Mittelklassenmodell und das teuerste Modell. 33 Euro, 70 Euro und 127 Euro. Und jetzt werden wir die Sachen erstmal auspacken. Benly ist natürlich eine bekannte Boxmarke und deswegen werden die allermeisten Boxer bzw. Kampfsportler auch von euch diesen Handschuh kennen. Wie gesagt, mit 33 Euro, der günstigste hier. 10 Unzen, Rodney heißt das Modell. Der Boxhandschuh ist in der Videobeschreibung verlinkt und auf ihn bekommt ihr nochmal 10% mit meinem Coupon Side10. Wie auf alle anderen Boxhandschuhe bzw. alle Sachen von Coupon.de. Also was schon mal auffällt ist, dass der Daumen hier verbunden ist mit der Rest der Hand. Und der Handschuh macht generell einen ziemlich stabilen gepolsterten Eindruck. Die Sache ist, dass bei vielen Boxhandschuhen, wie zum Beispiel bei diesem Benly Handschuh hier, auch viele Everlast, die haben meistens ein Problem mit der Polsterung im Bereich der Handgelenke. Also beim Boxen wird man ja nicht auf die Situation kommen, dass man einen Kick abblocken müsste. Also quasi, dass hier ein Kick hinkommt. Und aus diesem Grund ist bei Boxhandschuhen im Vergleich zum Muay Thai Handschuh, der das Handgelenk eher weniger gepolstert. Und da wird sich eher mehr hier auf die Faust fokussiert und spezialisiert. Trotzdem macht der Handschuh jetzt erstmal einen stabilen Eindruck. Und mit 33 Euro kann man sich nicht beklagen. Beim Fazit werde ich noch ein paar Sachen aufzählen, die es zu beachten gibt beim Boxhandschuhkauf. So, hier haben wir den Venom, das ist ein klassischer Muay Thai Handschuh. Die Marke dürfte dem meisten bekannt sein. Sieht ziemlich cool aus, Gold und Schwarz. Ist auch natürlich in der Infobox verlinkt. Handmade in Thailand. Venom ist eine ziemlich, ziemlich geile Marke, muss ich sagen. Und im Vergleich zu diesem Handschuh, nun ja, ich finde, dass dieser Handschuh ein bisschen größer ist. Und auch generell, Boxhandschuhe, Everlast Handschuhe sind doch ein bisschen größer als die Venom Handschuhe. Beziehungsweise andere Muay Thai Handschuhe. Das ist meine subjektive Einschätzung. Und was man bei Venom auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er hier um den Handgelenkbereich ziemlich gut gepolstert ist. Also wenn man das nochmal vergleicht, ist das hier eher weniger Folsterung. Also die Schnalle hier eher weniger gepolstert. Und hier ist es nochmal ein anderes Ding. Also die Schnalle auch in einem sehr guten Zustand. Man sieht auch oft bei Everlast, Bendy Handschuhen auch, dass die Schnalle einfach kaputt geht nach einer Zeit lang. Hier bei Venom oder auch später bei Twins wird das eher nicht der Fall sein. Es ist ein bisschen hochwertiger verarbeitet, ist aber eher für den Muay Thai Sport gedacht. Das heißt aber nicht, dass man das nicht fürs Boxen verwenden kann. Kann man natürlich genauso gut auch fürs Boxen verwenden. Hier auch wieder, Daumen ist angebracht. Ich glaube bei Everlast war es, dass der Daumen nicht angebracht war. Sonst ist es bei den allermeisten Handschuhen auch so. Und ja, sonst gibt es auch nicht viel zu Venom zu sagen. Mit Venom kann man erfahrungsgemäß meistens nichts falsch machen. Aber darauf werde ich auch später wieder im Fazit näher drauf eingehen. So und hier haben wir die absolute Königsklasse, die Twins. Das ist mein absoluter Lieblingshandschuh. Das ist meine absolute Lieblingshandschuhmarke von Twins. First Quality, made in Thailand. Und wie gesagt, mit Twins kann man einfach nichts falsch machen. Man sieht hier, klasse verarbeitet. Das Material ist Rinsleder. Also einfach sehr hochwertig verarbeitet. Und auch wenn der Preis etwas teurer ist, hier mit 127 Euro, muss man aber auch sagen, dass diese Handschuhe ziemlich, ziemlich lange halten werden. Höchstwahrscheinlich. Hochqualitative Verarbeitung. Handgelenke, Sub werden sehr gut unterstützt. Fürs Boxen und fürs Muay Thai die erste Wahl. Auch fürs Boxen die erste Wahl. Ich sehe viele Boxer, die Twins haben, die Twins benutzen. Und mit Twins kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Kommen wir aber zum Endfazit. Also nachdem ich die drei Boxhandschuhe an Box habe, muss ich sagen, dass dieser Boxhandschuh hier eher für die Boxer unter uns gedacht sind. Es gibt ein bisschen weniger Unterstützung im Handgelenkbereich. Dafür gibt es mehr Unterstützung hier vorne in dem Knöchelbereich. Es ist ein ziemlich günstiger Handschuh mit 33 Euro. Ich muss sagen, mit diesem Handschuh kann man durchaus einige Jahre gehen. Vor allem, wenn man nur Hobbysportler ist. Aber, falls man das Ganze etwas professioneller angehen möchte, beziehungsweise wenn man eine stärkere Schlagkraft entwickelt, dann ist von diesem Handschuh abzuraten. Es gibt meiner Meinung nach bei Handschuhen vier Kriterien. Erstmal die Unzenanzahl. Zweitens der Preis natürlich. Drittens die Sportart des jeweiligen Menschen. Also ob man jetzt Boxen betreibt oder Muay Thai. Und viertens auf jeden Fall die Schlagkraft. Und wenn man eher professionell an die Sache gegangen geht als Leistungssportler und man eine hohe Schlagkraft hat, dann würde ich eher von diesem Boxhandschuh abraten. Weil ich bin mit einigen Profisportlern befreundet, die nach der ersten Trainingseinheit so einen Boxhandschuh durchgeschlagen haben. Aber wenn man das Ganze nur als Hobby macht, zweimal die Woche, wenn man jetzt nicht jahrelang dabei gewesen ist, und wenn man eher noch Anfänger ist, dann würde ich auf jeden Fall zu so einem raten können. Das kann ich nur empfehlen. Und vor allem eher für Boxer. Also wenn man hiermit mit der geringeren Polsterung im Handgelenkbereich einen Kick abwehrt, dann könnte das echt böse enden. Damit könnte man echt seine Handgelenke verletzen. Deswegen würde ich das auch nur Boxern empfehlen. Kommen wir zu dem Venom. Die Venom sind gute Handschuhe. Für Muay Thai Sportler und auch für Boxer. Die haben eine gute Polsterung im Handgelenkbereich und sind etwas hochwertiger verarbeitet als die Benly. Die werden einem auf jeden Fall lange halten, vorausgesetzt, dass man auch das Ganze eher als Hobby betreibt. Das ist ein Mittelklasse-Boxhandschuh. Wenn man es als Hobby betreibt, völlig ausreichend. Da kann man auch mehr als zweimal die Woche drin trainieren. Auf jeden Fall auch fünf-, sechs-, siebenmal in der Woche ist möglich. Aber wichtig ist, dass die eigene Schlagkraft jetzt nicht zu hoch ist. Wenn man eine Maschine ist und man sagt, man hat eine hohe Schlagkraft, man wird den Boxhandschuh oft benutzen, dann könnte es gut sein, dass man eher zu den Twins greifen sollte. Die Venom können einem definitiv Jahre halten. Wenn man aber auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man zu den Twins greifen. Wenn man Kickboxen, Boxen, Kampfsport ernsthaft betreiben möchte, das Ganze für Jahre betreiben möchte, eine hohe Trainingsfrequenz hat und eine hohe Schlagkraft hat. Auch wenn der Preis hoch ist, wenn man das Ganze ernsthaft angeht, eine hohe Trainingsfrequenz hat und auch eine hohe Schlagkraft hat, dann sollte man einen Boxhandschuh wählen, der gut schützt, damit man seine Gelenke und seine Knöchel nicht verletzt. Denn seien wir mal ehrlich, was sind diese 100, 130 Euro, wenn man das Ganze über Jahre hinweg machen möchte, dann ist ein guter Schutz für die Hände eben extrem wichtig. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Unzenanzahl. Hier haben wir bei allen Boxhandschuhen 10 Unzen gehabt. Von 10 Unzen würde ich grundsätzlich erstmal abraten, es sei denn, es ist ein Wettkampf. Bei Wettkämpfen wird mit 10 Unzen gekämpft, manchmal sogar auch mit 8. Wenn man aber trainiert, dann sollten es mindestens 12 sein, beziehungsweise 14 und wenn man Sparring macht, dann müssen es meiner Meinung nach 16 sein. Das ist auch eine Sache, die ihr beherzigen solltet beim Kauf einer dieser Boxhandschuhe. Ich habe hier jetzt Boxhandschuhe reviewed mit 10 Unzen, aber meiner Meinung nach, wenn ihr trainieren wollt und auch Sparring machen wollt, dann solltet ihr euch welche mit 16 Unzen holen. Das war mein Review zu den 3 Boxhandschuhen. Die ganzen findet ihr aufgelistet in der Infobox bei Kumpon.de. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und damit Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.